Yo, moin Leute, Jay von SimJay hier. Ich dachte, ich melde mich mal spontan aus der Trucker-Zentrale. Ich habe mir hier ganz frisch BeamNG geholt. Und ich muss direkt sagen, ich liebe es. Das ist wirklich ein absoluter Physik-Simulator, genau nach meinem Geschmack. Ja, und da dachte ich, bei meiner kleinen Probefahrt hier nehme ich euch mal mit auf die Reise. Und irgendwie, finde ich, hat das hier auch gerade was von SnowRunner. Also, um mal ein bisschen Roadplay reinzubringen. Wir sind hier in USA und müssen hier in einem ziemlich heruntergekommenen Industriegebiet etwas anliefern. Beziehungsweise abholen. Und ja, so sieht es mal aus. Da hinten am Hafen wird es sein. Und wir haben natürlich keinen blassen Schimmer, wo wir hier langgefahren sind. Aber es sieht wohl ganz danach aus, als hätten wir jetzt den Weg gefunden. Ja, und dann, wie gesagt, nehme ich euch mal mit. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es wird richtig krass, geil, viel, alles hier simuliert. Und es fährt sich gut. Und was sehe ich da direkt hier hinten an dem Reifen? Da ist doch irgendwas kaputt gegangen, oder? Wie kann ich denn hier ranzoomen? Also, seht ihr das hier an dem Reifen? Da hängt doch irgendwas. Ich glaube, da ist irgendwas kaputt gegangen, weil ich hier über den Schotter gefahren bin. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ich liebe es. Man kann es natürlich nicht sehen, aber es wird echt richtig, richtig krass alles hier simuliert. Und ich habe hier halt so ein Mod. Und es gibt tausend Mods. Das ist jetzt einfach nur mal einer mit so einem geilen Satelzug hier. American Style. Man könnte ja fast denken, es ist hier der American Truck Simulator. Auf jeden Fall. Damn, I love it. Das ist jetzt super geil zum Träumen und Wohlfühlen und Rumspielen. Und ich muss mal überlegen, was ich hier mit BeamNG auf Dauer mache. Aber eins weiß ich, es wird hier regelmäßig Random Videos geben. So wie dieses hier mit ein bisschen Roadplay, wo ich einfach irgendwie im Bereich Trucking, Transporting, Cargo, Hauling, irgendwas mache, weil ihr wisst, ich liebe das. Und jetzt fahren wir hier einfach mal Nord American Truck Simulator Style unsere Ladung da hinten zum Hafen. Ja, ich könnte natürlich auch jetzt übertreiben und irgendwie hier Offroad fahren und alles kaputt machen. Aber ich finde, da gibt es mehr als genug Leute, die das machen. Und ich bin ja eigentlich auch ein Schönfahrer, ein Sauberfahrer. Und ich will ja hier nicht, will ja hier nicht auch in diese Kiddy-Kerbe springen. So, sogar hier der Blinker animiert bei dem Mod schön. Und dann fahren wir hier mal rein. Ja, bei der Vorderhock hockt auch keiner mehr. So, mal kurz gucken. Ja, läuft. Sieht sauber aus. Und dann, tja, wo geht die Reise hin? Gute Frage. Nächste Frage. Schauen wir mal. Hier links vielleicht. Ich glaube, wenn dann... ...da rechts. So, dann schauen wir mal, ob wir die Kurve hier bekommen. Wie gesagt, alles noch etwas neu hier. Aber es ist eigentlich so, von der Bedienung, ich war sofort drin. Das ist echt cool. Ich zeige euch gleich auch nochmal ein Feature, was halt auch cool ist. Also diese Engine hier scheint wirklich alles zu können, je nachdem, was der Typ, der den jeweiligen Mod rein eingebaut hat, einprogrammiert hat. Ja, das da links sieht fast aus wie eine Sprungschanze. Da haben wohl irgendwelche Leute hier zum Skaten da was reingebaut. Also ihr seht ja auch rechts oben selbst eine Anzeige für den Turbolader. Also man kann hier wirklich scheinbar alles simulieren. Auch das Getriebe. Ich habe schon Mods gefunden, wo man 18 Gänge fuller Eaton-Getriebe downloaden kann und so Sachen. Also richtig geil. Ja, also hier der Reifen da rechts, ich weiß nicht, das sieht hinten bei dem Trailer die erste Achse rechts aus. Das sieht so aus, als wäre der mir da, als ich Offroad langgefahren bin. Wurde irgendwie geplatzt, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns hier mal an dieses Hochregal. Nein, das ist kein Lenkregal. Ha, es ist ein Hochregal. So, dann leinen wir uns hier mal ab. Und ja, dann haben wir es auch schon. Dann zeige ich euch auch gleich hier eins der geilen Feature. Aber eins nach dem anderen. So, Moment. Jetzt hier, ich habe keine Ahnung, wie man ranzoomt. Die Kamera ist ein bisschen weit weg. Ich habe ja gedacht mit Mausrad, aber nein. Aber kann man wahrscheinlich auch ohne Probleme einstellen. So, dann wollen wir hier ein bisschen rückwärts fahren. Schauen wir mal, ob das physikalisch auch geht. Aber natürlich habe ich das auch schon probiert. Das geht auch. Und das Geile ist, es gibt auch Mods für Double Trailer, A Double, B Double, alles, was das Herz, Turnpike Doubles, also alles, was das Herz begehrt. Da werden wir natürlich auch on the road gehen. Und ja, geil einfach. Was soll ich sagen? Megamäßig geil. So, hier sollen wir wohl laden. Mann, Mann, ist das eine herumtergekommene Bude. Aber gut, hier stehen noch einige Container und Konsorten rum. Wie kriege ich den Gang hier eigentlich raus? Ja, okay. Ah, neutral kapiert er auch von selbst. Sehr schön. Ja, auch hier, die Wassertemperatur wird berechnet. Wahrscheinlich auch der Öldruck. Also ich glaube tatsächlich fast alles so. Und Achtung, wenn ich jetzt O drücke, also habe ich mir auf die Taste O gelegt. Oh, dann geht sogar hier die Bordwand auf. Geil, oder? Yeah, so. Dann machen wir die Kiste mal aus. Und ich würde sagen, erste Folge im Kasten. Leute, freut euch auf viel neuen Shit. Auch hier mit BeamNG. Wahrscheinlich geht es halt in die Richtung Trucking. Aber vielleicht machen wir auch mal irgendwann eine Verfolgungsjagd. Beziehungsweise ja als Polizist oder vor der Polizei abhauen. Ich habe schon auf YouTube gesehen, solche Szenarien gibt es auch. Vielleicht bauen wir ja auch mal selber irgendwann ein Szenario, wenn das nicht so aufwendig ist. Wie auch immer. Ich freue mich gerade. Richtig geil. Gute Investition. Also, wenn ihr Bock drauf habt, liken, kommentieren, abonnieren, sharen. Und mir dann bei unserem nächsten Stream sagen, mach mal BeamNG, Alter. Äh, NG. Okay, in dem Sinne, ich bin raus. Denkt dran, Abo nicht vergessen. Ciao. Ciao.